Im Gegensatz zu unseren Nachbarn besitzen wir eigene Eier. Und deshalb fahren die hier des Öfteren bei uns an diesen kleinen grünen Kasten, wo wir unsere Eier drin liegen haben zum Verkaufen, fahren die immer hin und wundern sich immer, dass die dieses Mal keine Eier abgekriegt haben. Wo wir dann schon gefragt worden sind, ob unsere Hühner noch legen. Aber die legen immer noch. Bloß wir haben höchstens 10 oder 12 Eier am Tag und wir wollen von den Eiern ja auch was essen. Und dann gehen wir mal. Musik Musik